Ich möchte nun das Wort an Thomas Loninger, der heute live zugeschaltet ist, weitergeben. Vielen Dank, auch vielen Dank für die Einladung. Eine Sekunde, wir haben gerade ein Problem mit dem Ton. Könnt ihr mich hören? Wunderbar. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, heute hier sein zu können. Und ich will mich für unseren Verein zu diesem vorgestellten Paket äußern. Und wir waren sehr froh, dass uns angeboten wurde, bei diesem Brief mitzuwirken. Leider ist es in unserem Themenfeld des Datenschutzes unter Überwachung die Situation, in der wir uns heute befinden, nicht neu. Es ist leider oftmals so, dass nach Terroranschlägen eine Ausweitung von Überwachungsbefugnissen gefordert wird. Und die Geschichte wiederholt sich leider. Unser Verein Arbeitskreis Vorratsdaten, hieß er zu Beginn, wurde begründet als Reaktion auf die Vorratsdatenspeicherung, ein Überwachungsgesetz, das nach den Terroranschlägen von Madrid und London in die Welt kam. Wir haben jahrelang im Parlament versucht, auf die Grundrechtsprobleme hinzuweisen. Und erst bei dem Höchstgericht, beim Europäischen Gerichtshof, konnten wir diese Überwachungsgesetze als grundrechtswidrig aufheben. Und Ähnliches ist auch bei anderen Teilen dieses Überwachungspaketes schon passiert. Ich erinnere an die Fußfessel für Gefährderinnen, die hier ebenfalls gefordert wird, die wir 2017 schon im Rahmen des dortigen Überwachungspakets diskutiert haben, wo sich ÖVP-Justizminister Brandstätter gegen ÖVP-Innenminister Sobotka durchsetzen konnte. Und diese geplante Maßnahme aus einem Antiterrorpaket eben dann nicht beschlossen wurde. Und Ähnliches auch bei dem, auch in unserem Brief angesprochenen Verschlüsselungsverbot, also der potenziellen Einführung eines Bundestrojaners. Dies sind Dinge, die die Höchstgerichte schon geklärt haben. Und wo es eine ganz klare Rechtsauffassung gibt, dass das nicht mit unserer demokratischen Grundordnung vereinbar ist. Ich will mich aber hier vor allem um einen Themenbereich kümmern, und zwar die Frage der Kontrolle von Geheimdiensten. Ich glaube, dass die Reform des BVT, das mit Abstand größte Reformprojekt ist, was uns hier bevorsteht, das auch in sich eine enorme Sprengkraft beinhaltet. Und hier lohnt der internationale Vergleich. Geheimdienste sind in vielen Ländern ein Ort, wo es massive Grundrechtsprobleme gibt, wo es immer wieder Missstände und Skandale gibt. Und das aus gutem Grund, weil das auch Orte sind, die sich einer demokratischen Kontrolle und auch einer liberal-demokratischen Debatte entziehen, weil sie sehr intransparent sind, weil sie im Geheimen agieren. Ein Geheimdienst ist auch keine Polizei, die nach Legalitätsprinzip verdachtsabhängig ausforscht und damit dann auch eine Anklage erwirkt, sondern es sind halt eben wirklich auch Orte, die nach Opportunitätsprinzip arbeiten. Also wie man fischt, halt einfach ein Netz auswerfen und dann schaut, was man findet. Und ich will hier auf drei Punkte zu sprechen kommen. Das Erste ist die Kontrolle von Geheimdiensten. Gerade wenn wir jetzt wirklich den Inlandsgeheimdienst in Österreich massiv aufwerten, ist es sehr wichtig, dass wir im Vorfeld während einer Maßnahme und im Nachgang von Maßnahmen Kontrolle einführen. Im Vorfeld braucht es eine ganz starke richterliche Kontrolle. Das System des Rechtsschutzbeauftragten, wie wir ihn aktuell haben, hat sich nicht bewährt. Das wurde 2015, 16 bei der letzten Reform des BVT eingeführt. Und der Rechtsschutzbeauftragte ist mehr ein Ermöglichungsgremium, das schaut, wie man irgendwas hinbekommen kann, als ein wirkliches Kontrollgremium. Und hier brauchen wir ganz einfach eine gerichtliche Kontrolle unter Umständen auch neue Gerichte, die in der Lage sind, mit so sensiblen Unterlagen und Entscheidungen umzugehen. Ganz wichtig ist während dem Ablauf einer Kontrolle, da geht es ganz stark um Controlling innerhalb des Innenministeriums, um ganz strikte Löschregimes. Wenn Daten nicht mit dem Zweck einer Maßnahme dienen, müssen sie sofort geloscht werden. Und zuletzt geht es auch um die Ex-Post-Kontrolle. Hier gibt es bezüglich der parlamentarischen Kontrolle ganz gute Vorschläge von allen Oppositionsparteien, die schon eingebracht wurden ins Parlament. Ich glaube, auf die kann man aufbauen. Und hier gehört aber gleichzeitig auch noch ein bisschen mehr dazu gemacht, weil natürlich war das, worauf die Opposition sich einigt, an der Stelle hier nur der kleinste gemeinsame Nenner. Wir glauben, dass die Datenschutzbehörde perfekt in der Lage wäre, auch hier eine Kontrollfunktion auszuüben, um wirklich auch in den Geheimdienst hineinzuschauen, vielleicht gemeinsam mit der parlamentarischen Kontrolle und so wirklich auch eine fachliche Aufsicht zu machen, für die es wahrscheinlich auch so etwas wie einen Waisenrat brauchen würde. Also ein ähnlich dem Rechnungshof ständig agierendes Kontrollgremium, das auch wirklich die Arbeit des Geheimdienstes kontrollieren kann. Und natürlich muss parlamentarische Kontrolle alle Geheimdienste in Österreich betreffen, das heißt auch das Heeresnachrichtenamt und das Heeresabwehramt. Der zweite Punkt, auf den ich zu sprechen kommen will, ist Transparenz und Effizienz. Wir haben im Moment so gut wie keine öffentlichen Berichtspflichten des BVT. Wir wissen nicht mal das Budget des BVT. Und das muss ganz einfach öffentlich gemacht sein. Wir brauchen eine demokratische Debatte, wenn nicht über die sensiblen Dinge, die innerhalb des BVT passieren, dann zumindest, wie effizient es ist, wie es strukturiert ist, was die Zielsetzungen sind, zumindest restrospektiv. Ein ganz wichtiger Punkt ist aus unserer Sicht der Whistleblower-Schutz. Menschen, die auf Missstände hinweisen und dafür auch ihre Karriere, ihre Freiheit und manchmal auch ihr Leben riskieren. Diese Menschen nennen wir Whistleblower. Die sind zu schützen. Die sind der Failsafe, der uns für den gravierendsten Missständen rettet, die es in großen Behörden und in Firmen gibt. Denken Sie an Edward Snowden. Denken Sie an Daniel Elsberg. Hier braucht es auch in Österreich einen Schutz für diese mutigen Menschen. Der letzte Punkt in diesem Bereich ist die Frage der Klassifizierung von Dokumenten. Hier gibt es eine Tendenz, dass man allem den streng geheimen Stempel gibt und die Dinge immer so strukturiert, dass sie ja keiner Debatte und Kontrolle zugänglich sind. Das halten wir für ein Problem. Wir glauben, Klassifizierung von Dokumenten muss nach strikten Schemata erfolgen und Kontrollorgane, hier zum Beispiel die Datenschutzbehörde, müssen in der Lage sein, diese Einstufungen auch aufzuheben und herunterzustufen. Und wenn irgendetwas nicht gesagt werden kann, dann braucht es dafür immer eine Begründung. Der letzte Punkt ist für mich Gefahren bannen. Also nach dem Terroranschlag, den wir gerade am 2. November erlebt haben, finde ich, es gibt absolut keinen Anlass dafür, Überwachungskompetenzen auszuweiten. Nach einhelliger Meinung von allen Expertinnen und Experten hätte dieser Anschlag mit bestehenden Befugnissen verhindert werden können. Jetzt ist nicht die Zeit für Einschränkungen unserer Grundrechte durch die Ausweitung von Überwachungsbefugnissen. Ein ganz pragmatischer Grund ist, dass es aus meiner Sicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Geheimdienstes keine Erlaubnis und Begründung für einen Waffenbesitz gibt. Ich glaube, ein Geheimdienst sollte nicht Waffen tragen. Und zuletzt glauben wir, dass es auch strafrechtliche Konsequenzen braucht, wenn Befugnisse des Geheimdienstes missbraucht werden. Also vor allem Überwachungsbefugnisse missbraucht werden. Und natürlich auch, wenn Falschaussagen oder Missachtungen von Kontrollgremien passieren. All diese Ideen, die ich Ihnen jetzt gerade vorgestellt habe, sind nicht neu. Wir haben Innenminister Peschhorn im Oktober 2019 diese und viele anderen Vorschläge unterbreitet. Wir beziehen uns hier auf internationale Best Practices der Geheimdienstkontrolle. Das Innenministerium weiß also all das, was wir hier gerade im Kleinen vorgestellt haben. Das nicht umzusetzen nach so einem massiven Behördenversagen ist eine bewusste Entscheidung. Bevor ich zum Abschluss komme, lassen Sie mich noch sagen, dass zwei Dinge in diesem Paket fehlen. Das eine ist die Polizeimeldestelle, eine Meldestelle für Vorwürfe von Polizeigewalt. Hier gibt es einen Brief von 40 NGOs und Expertinnen vom Sommer, diese zu fordern. Ich glaube, das wäre eine sehr wichtige vertrauensbildende Maßnahme. Und was ebenfalls fehlt, aber im Regierungsprogramm steht, ist eine Überwachungsgesamtrechnung. Also den wirklichen gesamten Überwachungsbestand in Österreich in dieser Legislaturperiode noch zu evaluieren und auf ein verfassungsmäßiges Maß herunterzustufen. Und lassen Sie mich zum Abschluss kommen damit, dass Terrorismus in gewisser Weise immer auf unsere demokratische, liberale Grundordnung zielt. Jedoch ist es ganz wichtig, auch in diesen Tagen zu erinnern, dass kein Terroranschlag in der Lage ist, diese Fundamente jemals zu zerstören. Unsere Reaktion auf Terroranschläge vermag dies leider durchaus. Vielen Dank. Vielen Dank.